Musik Uhren und Hurenkot, das Original Guten Tag, wir stellen heute Uhren vor. Ich bin die Uhre. Uhren, kommt her. Was ist denn das? Ich bin der Hurenkot. Aber nein, wir sollten doch Uhren vorstellen. Ach so, ich dachte, es geht um Hurenkot. Nein, nein, um Uhren. Und ich dachte um Hurenkot. Nein, da hast du mich wohl missverstanden. Es ging um Uhren. Ja, da habe ich dich wirklich missverstanden. Ich dachte nämlich, es ging um Hurenkot. Nein, es ging nämlich um Uhren. Na ja, da habe ich wohl einen Fehler gemacht. Dies tut mir leid. Aber das ist doch nicht schlimm, Herr Uhrenkot. Oh, Sie sind aber freundlich, Herr Uhren. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, ich würde sagen, ich komme einfach als Uhren wieder. Ja, das wäre äußerst freundlich. Dann bis später. Herr Uhrenkot. Auf Wiedersehen, Uhrenkot. Ja, das wäre äußerst freundlich. 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 We shall lose you And we know that you, we know that you take We shall lose you 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 Fire!